shalom zusammen ich bin der joel und wir haben freude an bord heute geht es um die zwei zeugen das ist ein thema was viele denke ich schon angeschaut haben vor allem weil es in der offenbarung vorkommt in kapitel 11 ja und ich denke die zwei zeugen ist ein thema was man gut anschauen kann an verschiedenen stellen in der bibel wir werden sich ja anschauen und jeremia und noch ein paar weitere stellen um ein klareres bild zu bekommen was es bedeutet also was diese zwei zeugen sind dieses bibelstudium habe ich bereits vor fast zwei jahren gemacht und das war die damalige e mail adresse die ich immer noch habe also falls du da mir eine e mail schreiben willst dann bin ich da immer noch sind wir da immer noch erreichbar zum damaligen zeitpunkt wie man sehen kann ja dachte ich dass die aussprache jesua ist mittlerweile bin ich mir überzeugt dass sein name yahusha ist genau da steigen wir direkt ein in kapitel 1 die zwei zeugen einleitung wer oder was sind die zwei zeugen diese frage habe ich mir immer wieder gestellt in den prophetien der endzeit wird man über diese zwei zeugen definitiv stolpern sie gehören einfach dazu in der offenbarung steht in offenbarung 11 vers 3 und ich will meinen zwei zeugen geben dass sie weiß sagen werden 1260 tage lang bekleidet mit sacktuch und dann ja gibt es noch weitere bibelstellen über die zwei zeugen mein erster ansatz ist immer die begriffe einmal in eine bibelsuche einzutippen und diese bibelstellen durchzuarbeiten in diesem fall gibt es aber nur die stelle in offenbarung 11 3 die über zwei zeugen der endzeit spricht die anderen bibelstellen handeln von zeugen bei einem gerichtsfall oder wenn jemand beschuldigt wird eine sünde begangen zu haben da wir so nicht fündig geworden sind untersuchen wir mal den kontext in offenbarung 11 ab vers 1 steht und mir wurde eine messroute gegeben gleich einem stab und der engel stand da und sagte mache dich auf und miss den tempel gottes samt dem altar und die welche darin anbeten aber den vorhof der außerhalb des tempels ist lass aus und miss ihn nicht denn er ist den heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige stadt zertreten 42 monate lang und ich will meinen zwei zeugen geben dass sie weiß sagen werden 1260 tage lang bekleidet mit sacktuch der kontext spricht dass johannes den tempel in der heiligen stadt messen soll es gibt nur eine heilige stadt und diese ist jerusalem zu diesem zeitpunkt werden die zwei zeugen erwähnt sie werden für 1260 tage weiß sagen sehr wahrscheinlich werden die kurz zuvor erwähnten heidenvölker genau in der gleichen zeit jerusalem also die heilige stadt zertreten da 42 monate genau 1260 tage lang sind wenn man von 30 tagen pro monat aus geht liest man weiter offenbarung 11 vers 4 das sind die zwei ölbäume und die zwei leuchter anmerkung in der one young man bible steht zwei oder two menorahs weil das eine englische übersetzung ist also die zwei menorot auf hebräisch das sind diese siebenarmigen leuchter von denen hast du bestimmt schon mal gehört ich liest nochmal vor das sind die zwei ölbäume und die zwei leuchter oder menorahs die vor dem gott der erde stehen dann wieder mein kommentar dann kann man erkennen dass diese zwei zeugen mit zwei ölbäume bzw zwei menorahs gleichgesetzt werden behalten wir das mal im hinterkopf um später nach diesen alternativen beschreibung zu suchen lesen wir weiter offenbarung 11 vers 5 bis 14 und wenn jemand ihnen schaden zufügen will geht feuer aus ihrem mund hervor und verzehrt ihre feinde und wenn jemand ihnen schaden zufügen will muss er so getötet werden diese haben vollmacht den himmel zu verschließen damit kein regen fällt in den tagen ihrer weissagung und sie haben vollmacht über die gewässer sie in blut zu verwandeln und die erde zu plagen mit jeder plage so oft sie wollen und wenn sie ihr zeugnis vollendet haben wird das tier aus dem abgrund herauf das aus dem abgrund herauf steigt mit ihnen krieg führen und sie überwinden und sie töten und ihre leichname werden auf der straße der großen stadt liegen die im geistlichen sinn sodom und ägypten heißt wo auch unser herr gekreuzigt worden ist das ist nur eine stadt wo er gekreuzigt worden ist und viele aus den völkern und stämmen und sprachen und nationen werden ihre leichname sehen dreieinhalb tage lang und sie werden nicht zulassen dass ihre leichname in gräber gelegt werden und die auf der erde wohnen werden sich über sie freuen und verlocken und werden einander geschenke schicken weil diese zwei propheten diejenigen gequält hatten die auf der erde wohnen und nach dreieinhalb tagen kam der geist des lebens aus gott in sie und sie stellten sich auf ihre füße und eine große furcht überfiel die welche sie sahen und sie hörten eine laute stimme aus dem himmel die zu ihnen sprach steigt hier herauf da stiegen sie in der wolke in den himmel hinauf und ihre feinde sahen sie und zur selben stunde entstand ein großes erdbeben und der zehnte teil der stadt fiel und es wurden in dem erdbeben siebentausend menschen getötet und die und die übrigen wurden voll furcht und gaben dem gott des himmels die ehre hier noch zwei hinweise das ausbleiben des regens können die zwei zeugen nur in der zeit ihrer weissagung hervorrufen daraus lässt sich ableiten dass sie zuvor schon da gewesen sind zweiter hinweis hier steht wo auch unser herr gekreuzigt worden ist was ein weiterer hinweis ist dass diese stadt jerusalem ist dieser abschnitt ist sehr gefüllt man sieht es auch an den gelben markierungen die ich gemacht habe dafür eignet sich ein stichpunkt eine stichpunktartige zusammenfassung die ich dann hier gemacht habe also die zusammenfassung was wir bis hierhin gelernt haben zwei zeugen werden für 1260 tage weissagen in sacktuch gekleidet wahrscheinlich zur gleichen zeit werden die heiden jerusalem zertrampeln zwei zeugen sind gleichbedeutend mit zwei ölbäume und gleichbedeutend mit zwei leuchtern beziehungsweise menoras die zwei zeugen stehen vor dem gott der erde weitere punkte sind wenn jemand den zwei zeugen schaden zufügen möchte muss er von dem feuer ihres mundes verzehrt werden die zwei zeugen haben macht eine trockenheit dadurch dass es nicht regnet hervorzurufen die zwei zeugen können wasser zu blut verwandeln das erinnert an die zehn plagen bei dem kurz vor dem exodus kurz vor dem auszug aus ägypten die zwei zeugen können die erde mit jeder plage schlagen so oft sie wollen das ist wirklich mächtig mit jeder plage schlagen so oft sie wollen das ist eine große macht wenn die 1260 tage vorbei sein werden dann wird das tier sie töten das ist hier prophezeit genau die leichname von den zwei zeugen werden für dreieinhalb tage auf den straßen von jerusalem liegen bleiben und nicht begraben werden und von allen ethnischen gruppen gesehen werden die nationen werden sich geschenke schicken und sich freuen da die zwei zeugen nicht mehr leben werden weil sie wahrscheinlich geplagt werden von jeder plage geschlagen die die zwei zeugen hier ausführen werden die zwei zeugen werden zwei propheten genannt nach den dreieinhalb tagen werden die zwei zeugen wiederbelebt gott spricht aus dem himmel dass die zwei zeugen über die wolken zu ihm kommen sollen was sie dann auch tun und der letzte punkt wenn die zwei zeugen nicht mehr da sein werden wird ein großes erdbeben geschehen nun zu den parallelstellen die zwei zeugen werden als zwei ölbäume zwei leuchter beziehungsweise minoras und zwei propheten bezeichnet dann lasst uns mal schauen wo wir interessante bibelstellen dazu finden zwei ölbäume die interessanteste stelle zu zwei ölbäumen ist in sacharja 4 dort steht sacharja 4 vers 1 bis 14 da kam der engel wieder der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie ein der aus dem aus seinem schlaf geweckt wird und er fragte mich was siehst du ich sprach ich sehe und siehe ein leuchter ganz aus gold und sein ölgefäß oben darauf und seine sieben lampen daran und sieben dies rohre zu den sieben lampen die oben auf ihm sind und zwei ölbäume dabei einer zur rechten das ölgefäß der andere zur linken und ich ergriff das wort und sprach zu dem engel der mit mir redete mein herr was bedeutet die was bedeuten diese da antwortete der engel der mit mir redete und sprach zu mir weißt du nicht was diese bedeuten ich sprach nein mein herr da antwortete er und sprach zu mir das ist das wort jahuas zu zerubabel nicht durch macht und nicht durch kraft sondern durch meinen geist sprich die jauer wer bist du großer berg vor zerubabel sollst du zur ebene werden und er wird den schlussstein hervorbringen unter lautem zuruf gnade 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 mit ihm und das wort jahras erging an mich folgendermaßen die hände zerubabels haben dieses haus gegründet seine hände sollen es auch vollenden und du wirst erkennen dass mich jauer zu euch gesandt hat denn wer ist der den tag geringer anfänge verachtet und jene sieben werden mit freuden den das senkblei in der hand zerubabel sehen die augen jahuas sie sind welche die ganze erde durchstreifen und ich ergriff das wort und sprach zu ihm was sind das für zwei ölbäume zur rechten und zur linken des leuchters und ich ergriff wiederum das wort und sprach zu ihm was bedeuten die beiden ölbaumzweige zur seite der beiden goldenen röhren aus denen das goldene öl fließt er sprach zu mir weißt du nicht was diese bedeuten ich antworte nein mein herr da sprach er das sind die beiden söhne des öls die vor dem herrscher der ganzen erde stehen wir lernen dass zwei ölbäume zur rechten und zur linken des ölgefäßes was weiter unten als leuchte bezeichnet wird stehen die zwei ölbäume bzw die zwei olivenzweige werden als die zwei söhne des öls die vor ja also gott stehen bezeichnet das klingt immer noch recht verschlüsselt und undurchsichtig vielleicht wird das bild klarer wenn wir uns anschauen was die bibel über das wort ölbaum sagt die erste stelle steht in den psalm psalm 52 vers 9 bis 10 seht das ist der mann der gott nicht zu seiner such zuflucht machte sondern sich auf seinen großen reichtum verließ und durch seine habgier mächtig wurde ich david spricht in dem fall aber bin wie ein grüner ölbaum im haus gottes ich vertraue auf die gnade gottes für immer und ewig ein mann wie david der auf die gnade gottes vertraut wird hier mit einem grünen ölbaum verglichen gut dann wissen wir dass ein einzelner mensch also ein ölbaum sein kann in einem weiteren psalm wird auch das wort ölbaum verwendet psalm 128 vers 1 bis 6 ein wallfahrts liegt wohl jedem der jauer fürchtet der in seinen wegen wandelt du wirst dich nähren an der arbeit mit deiner hände wohl dir du hast es gut deine frau ist wie ein fruchtbarer weinstock im innern deines hauses deine kinder wie junge ölbäume rings um deinen tisch siehe so wird der mann gesegnet der jauer fürchtet jauer segne dich aus zion dass du das glück jerusalems siehst alle tage deines lebens und siehst die kinder deiner kinder friede sei über israel jeder der ja fürchtet und seine wege wandelt und in seinen wegen wandelt dessen kinder werden hier mit jungen ölbäumen verglichen das heißt nicht nur ein erwachsener kann ein ölbaum sein sondern schon ein kind in jeremia 11 werden wir ein weiteres mal erfinde ich die verse 6 9 und 12 sind der kontext wer mit dich in vers 16 der ja nach den anderen drei kommt gemeint sein könnte jeremia 11 vers 6 darauf sprach jauer zu mir verkündige alle diese worte in den städten judas und auf den straßen jerusalems und sprich hört auf die worte dieses bundes und tut sie vers 9 in jeremia 11 und jauer sprach zu mir es besteht eine verschwörung unter den männern von juda und unter den bewohnern von jerusalem jeremia 11 vers 12 dann werden die städte judas und die bewohner jerusalems hingehen und die götter anrufen den sie geräuchert haben aber sie werden sie zur zeit ihres unheils keineswegs erretten können dann die entscheidende stelle jeremia 11 16 bis 17 einen grünen ölbaum mit schöner wohlgestalteter frucht hat dich jauer genannt mit mächtigem brausen er legt er nun feuer an dich und seine äste krachen denn jauer der dich pflanzte hat dir unheil angedroht wegen der bosheit des hauses israels und des hauses juda die sie verübt haben um mich zu erzürnen indem sie dem baal räucherten die worte von ja sind nicht ganz klar aber es ist recht wahrscheinlich dass der grüne ölbaum mindestens die städte judas und die bewohner jerusalems wenn nicht sogar das haus israel und das haus juda selbst sind auch in hosea 14 dem nächsten kapitel wo wir fündig werden ist der kontext wichtig zu beachten in vers 2 wird klar wer angesprochen wird hosea 14 kapitel 14 vers 2 kehre um o israel zu jawa deinem elohim denn du bist zu fall gekommen durch deine eigene schuld in hosea 14 vers 6 bis 7 steht dann ich will für israel sein wie der tau es soll blühen wie eine linie und wurzel schlagen wie der libanon seine schößlinge werden sich ausbreiten es soll so schön werden wie ein ölbaum und so guten geruch geben wie der libanon das heißt ja vergleicht israel an dieser stelle klar mit einem ölbaum auch im römer brief schreibt paulus über die israeliten als ölbaum römer 11 vers 1 ich frage nun hat elohim etwa sein volk verstoßen das sei ferne denn auch ich bin ein israelit aus dem samen abrahams aus dem stammen benjamin in römer 11 vers 24 steht dann denn wenn du aus dem von natur wilden ölbaum herausgeschnitten und gegen die natur in den edlen ölbaum eingepfropft worden bist wie viel eher können diese die natürliche zweige wieder in ihren eigenen ölbaum eingepfropft werden paulus sagt dass israel ein edler ölbaum ist wir aus den heiden kommen aus dem wilden ölbaum wir werden eingesetzt in den edlen ölbaum was israel ist dann die zusammenfassung das heißt wir wissen jetzt dass ein erwachsener kinder und auch israel und juda ein ölbaum sein können israel ist der edle ölbaum in dem die heiden die yahusha nachfolgen eingepfropft wurden nachdem wir die zwei ölbäume untersucht haben suchen wir was wir über zwei ölzweige oder hauptsächlich zweige finden können in sahaja 4 steht sieht sahaja die zwei ölbäume auch als zwei ölzweige sahaja 4 vers 1 bis 5 da kam der engel wieder der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie ein der seinem schlaf der aus seinem schlaf geweckt wird wird und er fragte mich was siehst du ich sprach ich sehe und sehe ein leuchter ganz aus gold und sein ölgefäß oben darauf und seine sieben lampen daran und sieben gießrohre zu den sieben lampen die oben auf ihm sind und zwei ölbäume dabei einer zur rechten des ölgefäßes der andere zur linken und ich ergriff das wort und sprach zu dem engel der mit mir redete mein herr was bedeuten diese der antwort der engel der mit mir redete und sprach zu mir weißt du nicht was diese bedeuten ich sprach nein mein herr und dann noch vers 11 bis 14 in sahaja 4 und ich ergriff das wort und sprach zu ihm was sind das für zwei ölbäume zur rechten und zur linken des leuchters und ich ergriff wiederum das wort und sprach zu ihm was bedeuten die beiden ölbaumzweige zur seite der beiden goldenen röhren aus denen das goldene öl fließt er sprach zu mir weißt du nicht was diese bedeuten ich antwortete nein mein herr da sprach er das sind die beiden söhne des öls die vor dem herr der herrscher der ganzen erde steht eine sehr interessante stelle ist in jesaja 11 jesaja 11 vers 1 und es wird ein zweig hervorgehen aus dem stumpf isais und ein schössling hervorbrechen aus seinen wurzeln hier wird zwar nicht direkt von einem ölzweig gesprochen es ist jedoch klar dass jahusha hier gemeint ist jahusha wird hier mit einem zweig verglichen das heißt ein mensch wie jahusha kann mit einem zweig verglichen werden eine weitere stelle wo ein mensch mit einem zweig verglichen wird steht in hezekiel 19 hezekiel 19 vers 1 du aber stimme ein klagelied an über die fürsten israels in vers 14 steht dann und es ging feuer aus von einem zweig seiner äste das verzehrte seine früchte sodass ihm nun kein starker ast mehr geblieben ist der zu einem herrscher stab tauglich wäre das ist ein klagelied und zum klagegesang bestimmt hieraus kann man schließen dass für jahr ein first von israel wie ein zweig ist aus hezekiel 19 vers 14 in kombination mit jesaja 11 vers 1 können wir schließen dass der zweig der aus dem stumpf isais jahusha kommen wird ein fürst werden wird eine weitere erwähnung von dem wort zweig in bezug auf einen menschen finden wir in hosea 11 dort steht hosea hosea 10 vers 7 jere sorry samarias könig fährt dahin wie ein zerbrochener zweig der auf der wasserfläche schwimmt ja vergleicht auch hier ein könig mit einem zerbrochenen zweig auch wieder in römer 11 werden wir fündig dort spricht paulus von uns heiden auch als zweigen die eingesetzt werden können in den ölbaum römer 11 vers 17 wenn aber etliche der zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder ölzweig und dass sie eingepropft bist und mit anteil bekommen hast an der wurzel und der fettigkeit des ölbaums in diesem zusammenhang werden wir die heiden die jahres wegen folgen als eingepropfte in den edlen ölbaum also israel bezeichnet sehr spannend der nächste begriff ist der des leuchters beziehungsweise minoras in offenbarung 11 werden die zwei zeugen auch als zwei leuchter beziehungsweise minoras bezeichnet wieder mal schauen wir wo der begriff des leuchters erwähnt wird wir werden am anfang der offenbarung fündig offenbarung kapitel 1 vers 20 das geheimnis der sieben sterne die du in meiner rechten gesehen hast und der sieben goldenen leuchter die sieben sterne sind engel der sieben gemeinden und die sieben leuchter die du gesehen hast sind die sieben gemeinden daraus können wir schließen dass ein leuchter eine gemeinde sein kann eine gemeinde ist nicht nur eine einzelne person sondern eine gruppe von personen somit das kenne ich keine gemeinde die nur eine einzelne person ist auch in der bereits gelesenen stelle in sacharja 4 wird ein leuchter erwähnt nochmals sacharja 4 vers 1 bis 4 da kam der engel wieder der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie ein der aus seinem schlaf geweckt wird und er fragte mich was siehst du ich sprach ich sehe und sehe ein leuchter ganz aus gold und sein ölgefäß oben darauf und seine sieben lampen daran und sieben gießrohre zu den sieben lampen die oben auf ihm sind und zwei ölbäume dabei einer zur rechten des ölgefäß der andere zur linken und ich ergriff das wort und sprach zu dem engel der mit mir redete mein herr was bedeuten diese aus dieser stelle wird jedoch nicht direkt klar wer oder was diese leuchter sein soll dann noch eine sehr spannende stelle in hezekiel 37 die ist ja eine der bekannteren stellen eine weitere stelle die ich gerne anführen möchte ist eine eher bekanntere stelle in hezekiel 37 genau bin ich immer noch der überzeugung auch nach fast zwei jahren hezekiel 37 vers 1 bis 14 die hand jahwas übrigens ist das jahusha den du wahrscheinlich als jesus kennst kam über mich und jahua führte mich im geist was dann der heilige geist sicherlich ist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der ebene und diese war voller toten gebeine und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe es waren sehr viele auf der ebene und siehe sie waren sehr dürr da sprach er zu mir menschensohn das ist hezekiel in diesem fall können diese gebeine wieder lebendig werden ich antwortete oh herr herr du weißt es da sprach er zu mir weiß sage über diese gebeine und spricht zu ihnen ihr verdorrten gebeine hört das wort jahwas so spricht elohim jahua zu diesen gebeinen seht ich will odem in euch kommen lassen dass ihr lebendig werdet ich will euch sehen geben und fleisch über euch wachsen lassen und euch mit haut überziehen und odem in euch geben dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen dass ich jahua bin da weiß sagte ich wie mir befohlen war und als ich weiß sagte entstand ein geräusch und siehe eine erschütterung und die gebeine rückten zusammen ein knochen zum anderen und ich schaute und siehe sie bekam sehen und es wuchs fleisch an ihnen und es zog sich haut darüber aber es war noch kein odem in ihnen da sprach er zu mir richte eine weissagung an den odem weissage menschensohn und spricht zum odem so spricht elohim jahua odem komme von den vier windrichtungen und hauche diese getöteten an dass sie lebendig werden so weiß sagte ich wie er mir befohlen hatte da kam der odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre füße ein sehr sehr großes herr und er sprach zu mir menschensohn diese gebeine sind das ganze haus israel siehe sie sprechen unsere gebeine sind verdorrt und unsere hoffnung ist verloren es ist aus mit uns und darum weissage und spricht zu ihnen so spricht elohim jahua siehe ich will eure gräber öffnen und euch mein volk aus euren gräbern herauf bringen und ich will euch wieder in das land israel bringen und ihr sollt erkennen dass ich jahua bin wenn ich eure gräber öffne und euch mein volk aus euren gräbern herauf bringen werde und ich werde meinen geist in euch legen und ihr sollt leben und ich werde euch wieder in euer land bringen und ihr werdet erkennen dass ich jahua bin ich habe es gesagt und werde es auch tun spricht jahua ich habe mich schon länger gefragt wer hinter diesen toten gebeinen steckt wir lernen hier dass es ein sehr großes herr ist wir lernen dass es das ganze haus israel ist wir lernen dass diese gebeine die dürr sind getötet wurden diese toten gebeine werden wieder zum leben erweckt ich erwähne diese stelle weil sie meines erachtens gut zu der offenbarung 11 bibelstelle passt noch mal offenbarung 11 5 bis 14 und wenn jemand ihnen schaden zufügen will geht feuer aus ihrem mund hervor und verzehrt ihre feinde und wenn jemand ihnen schaden zufügen will muss er so getötet werden diese haben vollmacht den himmel zu verschließen damit kein regen fällt in den tagen ihrer weissagung und sie haben vollmacht über die gewässer sie in blut zu verwandeln und die erde zu schlagen mit jeder plage so oft sie wollen und wenn sie ihr zeugnis vollendet haben wird das tier aus dem abgrund heraufsteigen mit ihnen krieg führen und sie überwinden und sie töten das haben wir weiter oben schon gesehen genau der hezekiel 37 stelle und ihre leichname werden auf der straße der großen stadt liegen die im geistlichen sinn sodom und ägypten heißt wo auch unser herr gekreuzigt worden ist also sie werden auf den straßen von jerusalem liegen und viele aus den völkern und stemmen und sprachen und nationen werden ihre leichname sehen dreieinhalb tagelang und sie werden nicht zulassen dass sie ihre leichname in gräber gelegt werden das widerspricht in gewisser weise der der oberen stelle weil java da prophezeit dass sie aus den gräbern herausgeholt werden und die auf der erde wohnen werden wohnen werden sich über sie freuen und verlocken und werden einander geschenke schicken weil diese zwei propheten diejenigen gequält hatten die auf der erde wohnen und nach den dreieinhalb tagen kam der geist des lebens oben steht odem auch aus gott aus elohim in sie und sie stellten sich auf ihre füße das ist genau der wort laut oben und eine große furcht überführt die welche sie sahen diese beiden stellen passen zusammen weil odem von ja ist geistes lebens beide gruppen werden getötet das gleiche wort getötet steht da drin und sie stellten sich auf ihre füße das ist ein wörtliches zitat und hezekiel hat viele hunderte jahre vor johannes gelebt der das geschrieben hat also sie müssen beide geisterfüllt gewesen sein um so wortwörtliche zitate zu bringen spannend ist auch noch dass direkt nach der auferweckung von dem ganzen haus israel von hezekiel 37 1 bis 14 kommt die stelle mit den zwei stäben die wieder vereinigt werden die zwei stäbe hezekiel 37 vers 15 bis 28 und jahua und das wort jahwas er ging an mich folgendermaßen du menschensohn hier ist wieder hezekiel gemeint nimm dir einen holzstab und schreibe darauf für juda und die kinder israels seine mit verbundenen dann nimm einen anderen holzstab und schreibe darauf für josef den holzstab holzstab ephraims und das ganze haus israel seine mit verbundenen danach führt ihr die beiden zusammen einen zum anderen damit ein holzstab daraus werde ja zu einem einzigen sollen sie werden in deiner hand wenn dann die kinder deines volkes zu dir sagen willst du uns nicht erklären was du damit meinst so gib ihnen zur antwort so spricht elohim jahua siehe ich will den holzstab josefs nehmen der in der hand ephraims und der stämme israels seiner mit verbundenen ist und ich will ihn zu dem holzstab judas hinzufügen und sie zu einem einzigen holzstab machen und sie sollen eins werden in meiner hand und die holzstäbe auf die du geschrieben hast sollst du vor ihren augen in deiner hand halten und sage zu ihnen so spricht elohim jahua siehe ich werde die kinder israels aus den heidenvölkern zurückholen unter die sie gekommen sind und sie von ringsum her sammeln und sie in ihr land führen und ich werde sie im land auf den bergen israels zu einem einzigen volk machen und sie sollen alle nur einen einzigen könig haben sie sollen auch künftig nicht mehr zwei völker bilden noch in zwei reiche zerteilt werden und sie sollen sich auch künftig nicht mehr verunreinigen mit ihren götzen und mit ihren scheusalen und durch allerlei übertretung und ich will ihnen aus allen ihren wohnorten in denen sie gesündigt haben heraushelfen und sie reinigen und sie werden mein volk sein und ich werde ihr elohim sein und mein knecht david soll ihr könig sein und sie sollen alle einen einzigen hirten haben und sie werden in meinen rechtsbestimmungen wandeln und meine satzung bewahren und sie tun und sie werden wieder in dem land wohnen dass ich meinem knecht jakob gegeben habe in dem auch eure fänta gewohnt haben und mein knecht david soll ihr könig sein und sie sollen alle einen einzigen hirten haben und sie sollen alle einen einzigen hirten haben und sie sollen alle einen einzigen hirten haben und sie werden in meinen rechtsbestimmungen wandeln und meine satzung bewahren und sie tun sie werden wieder in dem land wohnen dass ich meinem knecht jakob geben habe in dem auch eure fänta gewohnt haben ja darin sollen sie in ewigkeit ist relativ lang wohnen sie und ihre kinder und kindeskinder und mein knecht david soll ihr fürst sein auf ewig da haben wir hier ewigkeit und ewig das heißt ab einem gewissen zeitpunkt bis in die unendlichkeit ich will auch einen bund des friedens mit ihnen schließen ein ewiger bund soll mit ihnen bestehen und ich will sie sesshaft machen und mehren ich will mein heiligtum auf ewig in ihrer mitte stellen das erinnert sehr stark an offenbarung es müsste 21 oder 22 sein dass java in der mitte in der mitte sein wird meine wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr elohim sein und sie sollen mein volk sein und die heidenvölker werden erkennen dass ich java bin der israel heiligt wenn mein heiligtum in ewigkeit in ihrer mitte sein wird und das interessante ist in ewigkeit werden diese zwei völker die zu einem volk mit einem einzigen hirten jahusha als dem könig dort leben werden die werden die rechtsbestimmung und die satzung bewahren und sie tun wir lernen hier das ja die zehn nördlichen stämme josef ephraim ganzes haus israel meistens auch nur haus israel genannt und die zwei südlichen stämme juda und benjamin wo auch ein paar leviten dort sind wieder zu einem stab also zu einem volk machen wird ja wird die zehn nördlichen stämme aus den nationen den heidenvölkern zurückholen dieses eine volk wird einen könig hirten fürsten haben sie werden auch weiterhin nur ein volk sein und nicht mehr geteilt werden das ist wirklich krass dass das was bisher noch nicht für tausende von jahren geschehen ist dass diese zwei teile von dem ursprünglichen ein volk dass die wieder zusammenkommen das ist ja ein mysterium nennt das paulus an einer anderen stelle das ist krass dass diese zehn nördlichen stämme die überall sind in den ganzen nationen auf der ganzen welt dass sie zusammen kommen werden und dass sie ein volk werden wer sind nun die zwei zeugen ja das war ein das war einiges an text den wir durchgearbeitet haben wir haben gelernt dass die zwei zeugen auch als zwei ölbäume zwei minoas zwei ölzweige und zwei propheten bezeichnet werden ein ölbaum kann laut der bibel ein kind ein erwachsener oder sogar juda und israel sein ein ölzweig wird in der bibel mit einem fürsten und könig und an einer anderen stelle mit yahusha gleichgestellt paulus zeigt auf dass wir als nachfolger von yahusha auch zweige eines ölbaums sind ein leuchter wird in der bibel mit einer gemeinde gleichgesetzt der begriff der zwei propheten muss noch untersucht werden wir lernen also dass die zwei zeugen nicht nur zwei einzelne personen sondern auch juda und israel sein könnten wenn man die beiden teile von hezekiel 37 also der teil mit den dürren gebeine die wiederbelebt werden und die zwei stäbe die wieder vereinigt werden noch hinzuzieht dann festigen sich die hinweise dass die zwei zeugen sehr wahrscheinlich juda und israel sein werden ja und dann habe ich noch einen teil weitere zu untersuchenden begriffe wo ich damals nicht weiter gemacht habe die zwei propheten gab es noch und die zeugen und dann doch die die zeit von 42 monate genau ja ich hoffe dir hat das ganze gefallen mein bibelstudium aus dem dezember 2020 hier über die zwei zeugen wir haben einige bibelstellen zusammen durchgelesen und ich denke es wird klar dass die zwei zeugen die zwei ölbäume die zwei propheten sehr wahrscheinlich nicht nur einzelne personen sind also es gibt da die theorie dass es mose und elia sei oder sonstige zwei personen aber wie wir rauslesen können aus den verschiedenen bibelstellen wenn man es ja kombiniert dann ergibt sich schon immer mehr das bild dass es gemeinden sein können und dass sogar juda und israel was ja sehr viele personen sind auch als die zwei zeugen bezeichnet werden könnten und in der bibel wenn es um die zahl zwei geht dann sind es fast immer die zwei ja die zwei reiche also das nordreich was josef und ephraim genannt wird ähm oder das haus israel und das südreich was in juda beziehungsweise teilweise auch jerusalem genannt wird ähm ja das nordreich kann auch samarien genannt werden ja ist alles nicht so ganz äh direkt klar aber ja jahusha hat ja auch in parabeln gesprochen und die die wirklich suchen äh die werden fündig werden äh durch den heiligen geist hebräisch ruach kodesch zum schluss ähm bete ich noch danke jahua für die zwei zeugen äh die du ja in diese welt gestellt hast und ich bete dass wir teil von diesen zwei zeugen sein dürfen die dich bezeugen die deine güte bezeugen die deine herrlichkeit bezeugen die propheten sind über das was noch kommen wird die propheten sind über das was du tun wirst äh welche herrlichkeit du hineinbringst in diese welt in diese dunkelheit äh in diese welt des rars der bosheit ähm und der schlechtigkeit der menschen die durch unsere sünde hier hineingekommen sind und ich bete dass du unsere herzen immer mehr öffnest für für deine wahrheit dass wir nicht in den traditionen der menschen festhängen und ähm unsere augen äh verschlossen sind für die wahrheit ich bete dass wir immer mehr geheiligt werden durch das wasserbad des wortes wie du das nennst dass wir gebadet sind in deinen worten die du gesprochen hast in den letzten tausenden von jahren und dass wir sie kombinieren durch deinen heiligen geist durch deinen ruach hakodesh und dass wir darüber diskutieren und uns gegenseitig immer mehr schärfen ich bete auch dass wenn äh ein wort da drin vorkommt oder eine theorie ähm die nicht in deinem willen ist dass du sie herausstreichst und dass niemand sie sich merkt ähm und dass ich sie korrigieren darf und ich bete dass die brüder und schwestern die das ganze hier anhören und sehen werden dass äh sie mich korrigieren und dass ja dass wir uns gegenseitig schärfen dass das nicht nur einseitig ist dass ich nicht der lehrer bin sondern dass ich der der bruder bin der ähm mein bisschen weisheit was ich ähm bekommen habe weitergeben darf ja und so bete ich dass diese zwei zeugen wirklich eins werden dass sie ein volk werden dass sie nicht mehr verstreut sind überall auf der ganzen erde sondern dass es den zweiten exodus den zweiten auszug gibt nicht nur aus dem land ägypten sondern aus dem geistlichen land ägypten was überall auf der welt ist ämen tsch total